Der arme Capital, er scheint nicht die Hoffnung aufzugeben, was ein Feature mit dem Schlagerstar Helene Fischer angeht. Vor mehreren Monaten hat der Rapper es versucht und ist leider kläglich gescheitert. Und dann hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und hat es nochmal versucht und ist leider wieder gescheitert. Doch dann hatte der Rapper endgültig genug und hat eine Ansage gegen Helene Fischer gemacht. Doch nun rudert er zurück und möchte es noch einmal versuchen. Ob er diesmal mehr Glück hat, das wollen wir alle sehr gerne erfahren. Er veröffentlicht ein Foto, wo Helene Fischer drauf zu sehen ist und schreibt dazu, Baby, warum lässt du mich allein? Mit einem sehr traurigen Smiley. Nun postet er noch ein Foto und auf diesem Foto kann man sehen, dass über 700.000 Menschen das Foto gesehen haben. Ob Helene Fischer auch dazu gehört, das bleibt geheim. Eine Antwort vom Schlagerstar gab es leider noch nicht, aber ich bleibe für euch dran. Ihr müsst einfach nur oben das Glöckchen aktivieren und Abonnent von Check the Celeb sein. Dann seid ihr immer up to date. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wen feiert ihr eigentlich mehr? Helene Fischer oder Kapital? Und findet ihr wirklich, dass ein Feature mit den beiden sich gut anhören würde? Ich lasse mich überraschen in den Kommentaren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!